Moses, das letzte Mal haben wir gesprochen über Heilsicherheit, ewige Sicherheit des Gläubigen. Wir haben die letzte Folge dazu gemacht, wie wir einmal gerettet, immer gerettet erklären beim Seelengewinnen. Das natürlich somit der wichtigste Punkt ist, denn dadurch stellen wir sicher, dass derjenige verstanden hat, dass es eben wirklich Errettung aus Gnade durch den Glauben ist. Dass wir nichts Gutes tun können, dass wir uns nicht irgendwie das ewige Leben verdienen können auf irgendeine Art und Weise. Wenn wir ewiges Leben haben, dann können wir es nicht verlieren, weil es sowieso nicht unser Verdienst war. Und wir haben damit alle wichtigen Punkte des Evangeliums erklärt. Jetzt ist natürlich die Frage, hat derjenige wirklich alles verstanden? Glaubt derjenige das? Oder hat er zwischendurch was vergessen? Denn die Bibel spricht davon, dass der Böse kommt, also der Teufel, und das raubt, was in sein Herz gesät ist. Wir müssen jetzt eben sicherstellen, okay, hat derjenige auch wirklich nicht nur alles verstanden, sondern kann er sich an alles erinnern. Manchmal vergessen Leute zwischendurch etwas, auch wenn wir zwischendurch sicherstellen, dass derjenige alles versteht. Und jetzt kommen wir eben zu dem Punkt, dass wir die richtigen Fragen stellen müssen, um sicherzustellen, derjenige hat alles verstanden, derjenige glaubt das in seinem Herzen. Und es ist natürlich dabei wichtig, Fragen zu stellen, die offen sind, dass wir nicht versuchen, denjenigen in eine Richtung zu lenken, sondern wir wollen herausfinden, was in seinem Herzen ist. Es geht nicht dabei um richtig und falsch. Natürlich kann derjenige eine falsche Antwort geben, aber es geht uns hauptsächlich darum, was derjenige glaubt. Nicht einfach, wir wollen denjenigen nicht in eine bestimmte Richtung damit lenken mit den Fragen, sondern herausfinden, was derjenige glaubt. Und die erste Frage, die wir stellen, ist, hey, glaubst du, dass du ein Sünder bist? Das ist eine Frage, die jeder hinkriegen sollte. Ich meine, ja, natürlich bin ich ein Sünder. Dann sagen wir, ja, klar, ich bin ein Sünder, du bist ein Sünder, wir haben alle schon gesündigt. Okay, was ist die Strafe, die ultimative Strafe, die wir verdient haben ohne Jesus? Und die meisten beantworten das auch richtig. Ja, das ist die Hölle, nicht wahr? Ja, genau. Ich habe es verdient, zur Hölle zu fahren, du hast es verdient, zur Hölle zu fahren. Manchmal, nur wirklich sicher zu gehen, stelle ich auch einfach die Frage, hey, betrifft das alle Menschen oder nur manche Menschen? Ja, das betrifft alle Menschen. Genau, denn wir haben alle schon gesündigt. Jeder hat gesündigt, deswegen hat jeder die Hölle verdient. Genau. Aber Gott liebt dich nicht, wahr? Er möchte nicht, dass du zur Hölle fährst. Was musst du tun, um mit dem Himmel zu kommen? Also derjenige hat verstanden, wir stellen ihm die erste Frage, hey, glaubst du, dass du ein Sünder bist? Derjenige hat verstanden, ja, ich bin ein Sünder. Ja, ich habe es verdient, zur Hölle zu fahren. Klar, jeder hat das verdient. Was musst du jetzt tun, um mit dem Himmel zu kommen? Und hoffentlich kriegt derjenige das auch noch richtig hin. Glauben an Jesus Christus, nicht wahr? Genau. Genau, du musst glauben. Und hier ist auch wieder wichtig zu erwähnen, was ich schon mal gesagt habe, auch in meiner Predigt über Tür-zu-Tier-Evangelisation. Wir wollen da nicht noch eine zusätzliche Frage stellen. Wir stellen einfach nur die Frage, okay, was musst du tun, um in den Himmel zu kommen? Glauben an Jesus. Oder manche sagen vielleicht, an Gott glauben. Und dann stelle ich einfach nur zur Sicherheit die Frage, okay, was ist sein Name? Weil ich will nicht, dass der Eindruck entsteht, okay, es ist einfach an Gott glauben, so als Gott als Idee irgendwie. Sondern wir müssen natürlich an den Sohn glauben. Wir müssen auf Jesus Christus vertrauen. Deswegen stelle ich einfach die Frage, hey, was ist sein Name? Ja, Jesus. Genau, du musst an Jesus glauben. Und dann aber wichtig, nicht diese zusätzliche sinnlose Frage stellen, mit der wir Leute verwirren von wegen, ja, gibt es sonst noch irgendetwas, was du tun musst? Denn dadurch lenken wir denjenigen eigentlich auf eine falsche Fährte. Er hat schon die richtige Antwort gegeben. Insofern er die richtige Antwort gegeben hat, glauben an Jesus, okay, richtige Antwort. Derjenige hat es verstanden. Dann nicht noch irgendwie eine zusätzliche Frage stellen, sondern zur nächsten Frage gehen. Was wäre dann die nächste Frage, Moses, wenn wir gefragt haben, was musst du tun, um in den Himmel zu kommen? Ja, natürlich, wenn sie sagen, ja, an Jesus glauben. Ich würde diese Frage stellen, was hat Jesus für dich gemacht? Und sie sagen, ja, er ist für mich gestorben. Genau, glaubst du, dass er aufgestanden ist? Und sie sagen, ja, die meisten, die sagen, ja, er ist aufgestanden, das glaube ich. Genau, und ich stelle diese Frage, okay, wenn du an Jesus glaubst, was kriegst du? Sagen, ja, dann kriege ich ewiges Leben. Genau, ja. Und was würdest du weiter fragen dann? Ja, das ist auf jeden Fall schon das absolut Wichtigste, dass wir natürlich sicherstellen, dass die Person wirklich an Jesus glaubt. Ja. Ich meine, es kann natürlich sein, dass jemand einfach so mitgeht und einfach das so als Spiel mitspielt. Ja. Darum geht es uns natürlich nicht, sondern wir wollen wissen, ob derjenige wirklich in seinem Herzen glaubt an Jesus. Ja. Deswegen, wie du meintest, fragen, ob derjenige, hey, glaubst du, dass Jesus für dich gestorben ist? Glaubst du, dass Jesus auch gestorben ist? Aber ein kleines Wort, das ich noch hinzufügen würde, glaubst du, dass Jesus leibhaftig mit seinem Körper von den Toten auferstanden ist? Okay. Ja, das wollte ich einfach betonen, dass es natürlich eine leibhaftige Auferstehung war. Das ist einfach ein Wort, das man hinzufügen sollte, hey, oder zwei Wörter oder drei mit seinem Körper, das wären drei Wörter, wie auch immer. Aber glaubst du, dass Jesus mit seinem Körper auferstanden ist, dass er leibhaftig auferstanden ist? Weil es geht natürlich um die leibhaftige Auferstehung Jesu Christi, nicht wie bei den Zeugen Jehovas, wo Jesus nur als Geist auferstanden ist. Aber genau, wenn derjenige sagt, ja, ich glaube, dass Jesus auferstanden ist, dann natürlich unbedingt die Frage stellen, okay, gibt es irgendetwas, was du jemals tun könntest, um deine Rettung zu verlieren, sodass du doch nicht in den Himmel kommst? Hm, richtig. So, und dann muss natürlich, sollte die richtige Antwort natürlich sein, nein, es gibt nichts, was ich tun könnte. Und damit haben wir alle wichtigen Fragen gestellt, oder? Genau, das ist ein Fehler. Hast du die Hölle verdient, klar. Was musst du tun, um in den Himmel zu kommen? Glaubst du an Jesus, dass er für dich gestorben ist, dass er für dich auferstanden ist von den Toten? Leibhaftig. Okay, gibt es irgendetwas, was du jemals tun könntest, um deine Erlösung zu verlieren? Nein. Genau. Und am Ende stelle ich diese Frage, okay, glaubst du das, was ich dir gesagt habe, alles? Glaubst du das wirklich, persönlich, glaubst du das? Ich stelle diese Frage, weil es gibt auch Fälle, die beantworten die Frage richtig, weil sie haben das gehört, aber persönlich glauben sie das nicht. Ja, manchmal gibt es Leute, die einfach so höflich sind, dass sie nichts dazwischen sagen und dann einfach so mitspielen, sozusagen. Das ist nicht unser Ziel, dass sie einfach ein Spiel spielen, sondern es geht um ihre Seele, dass sie wirklich glauben und gerettet werden. Aber deswegen ist es besonders wichtig, dass wir eben die Frage stellen, glaubst du persönlich, dass Jesus für dich gestorben ist am Kreuz, für deine Sünden bezahlt hat und dass er mit seinem Körper auferstanden ist aus dem Toten? Kann man auch eben betonen, glaubst du das persönlich? Aber ich meine, es gibt natürlich verschiedene Arten und Weisen, das zu formulieren, um das klarzumachen, dass es um den persönlichen Glauben der Person geht. Das sind all die wichtigen Fragen und wenn du als Zuschauer das so formulierst, wie wir das gerade gemacht haben, hey, dann funktioniert das. Und auch wenn wir die Fragen stellen, natürlich immer, es ist kurz und knapp halten. Richtig. Die wichtigen, konkreten Fragen stellen, aber nicht zu viele Fragen stellen, besonders nicht diese dumme Frage stellen, okay, gibt es sonst noch irgendetwas, was du tun musst, um gerettet zu werden? Nein, die Person ist nicht richtig geantwortet. Es ist einfach Glaube. Und genau, dann angenommen, die Person hat alles richtig beantwortet, dann gehen wir dazu über, die Person im Gebet anzuleiten. Und wir wollen mit der Person ein Übergabegebet sprechen. Und ich lese einfach einen kurzen Vers dazu vor, in Apostelgeschichte 22, Vers 16 heißt es, dass es Ananias, der zu Saulus spricht, und nun was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Also Saulus war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gerettet. Denn es heißt hier, lass deine Sünden abwaschen, also seine Sünden waren noch nicht abgewaschen, und wie sollte er das tun, indem du den Namen des Herrn anrufst? Also Ananias sagt hier Saulus, das ist es, was du jetzt tun musst. Das impliziert natürlich, dass er schon das Evangelium verstanden hat, Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Klar, Jesus ist ihm auf dem Weg erschienen und so weiter. Du kennst die Geschichte. Aber jetzt sagt Ananias zu ihm, hey, rufe den Namen des Herrn an, dass deine Sünden abgewaschen werden. Und das geht natürlich super einher mit dem, was wir in Römer Kapitel 10 lesen, nicht wahr? Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Ja. Wir machen das nicht einfach so, mit dem Mund bekennen, den Namen des Herrn anrufen, einfach weil, keine Ahnung, sondern um gerettet zu werden. Da ist die Bibel eindeutig, dass wir den Namen des Herrn anrufen sollen, um gerettet zu werden. Wir haben das Evangelium erklärt, das hat Jesus für uns getan, und das, was du tun musst, Vertrauen auf Jesus Christus. Und jetzt kommen wir zu dem praktischen Schritt, dass derjenige wirklich sein Glauben, sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, den Namen des Herrn anruft und ewiges Leben bekommt. Das ist der praktische Schritt, zu dem wir die Person anleiten wollen, genauso wie er das Ananias gemacht hat. Lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Und hier ist das Ding. Natürlich könnte jemand einfach mit seinen eigenen Worten den Namen des Herrn anrufen. Dagegen spricht nichts. Wir könnten einfach demjenigen, dem wir das Evangelium gepredigt haben, wenn er alles verstanden hat, alles richtig beantwortet hat, und wie überzeugt sind derjenige, ja, glaubt an Jesus, dann können wir einfach sagen, hey, rufe du jetzt den Namen des Herrn an. Ich meine, es würde rein theoretisch funktionieren, nicht wahr, weil es kommt auf die genauen Worte an. Zum Beispiel sagt der Zöllner, oh Herr, sei mir Sünder gnädig. Ja. Das ist ein Übergabegebet sozusagen, und dann heißt es, dass er gerechtfertigt in sein Haus hinabging. Oder der eine Dieb am Kreuz, der sagt, Herr, gedenke meiner, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Ist halt komplett anders formuliert, aber hey, er wurde gerettet. Heute noch ist mit mir ein Paradies sein, sagt Jesus, nicht wahr? Amen. Aber hier ist das Ding, wir wollen nicht eine komische Situation erzeugen und dann einfach sagen, okay, rufe den Namen des Herrn an und so, und dann einfach da stehen und warten, bis derjenige den Namen des Herrn anruft. Das wäre super peinlich. Und es wäre, weil wir reden natürlich viel mit jungen Leuten auf der Straße, besonders in so einer Situation wäre es super peinlich für viele junge Leute. So, was soll ich jetzt sagen? Und hier ist das Ding, wenn sie wirklich, wenn jemand wirklich das Evangelium glaubt, dann wird er auch den Namen des Herrn anrufen. Wenn jemand den Namen des Herrn anruft, dann glaubt er. Warum? Es geht Hand in Hand. Es ist ein und dasselbe. Du kannst es nicht voneinander trennen. Lass du eindeutig einfach Römer Kapitel 10 lesen. Es geht immer wieder hin und her. Glaube, Namen des Herrn anrufen. Glaube, Namen des Herrn anrufen. Weil es ein und dasselbe ist. Oder, beziehungsweise, es geht Hand in Hand. Der Glaube, der dich rettet, ist der Glaube, der aus deinem Mund herauskommt. Das ist der Glaube, den du Jesus bekennst. Warum ist das so? Jesus ist eine Person. Und so erkläre ich das. Ich sage dann, die Person hat alles richtig beantwortet. Dann sage ich, okay, lass mich dir die letzten Verse zeigen. Dann zitiere ich eben Römer Kapitel 10, wo es heißt, mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. In Vers 10, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ja. Und dann sage ich, siehst du, klar, du musst in deinen Herzen glauben. Du musst glauben, dass Jesus für dich gestorben ist und aus den Toten aufgestanden ist. Und dann heißt es hier, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Du sollst deinen Glauben Jesus Christus bekennen. Herr Jesus, ich glaube an dich. Ich vertraue auf dich allein. Bitte gib mir ewiges Leben. Und dann sage ich der Person, um das einfach zu erklären, wie sinnvoll das ist. Hey, guck mal. Jesus ist eine Person, nicht wahr? Wenn ich von jemandem etwas haben möchte oder wenn ich von dir Hilfe brauche, dann würde ich zu dir gehen und dir sagen, hey, Martin, ich brauche Hilfe. Oder ich brauche das und das. Kannst du mir das bitte geben? Ja, natürlich. Genau so ist auch Jesus eine Person. Und wenn wir von Jesus ewiges Leben haben wollen, dann gehen wir zu Jesus im Gebet und bekennen ihm, dass wir an ihn glauben. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Bitte gib mir ewiges Leben. Genau. Und jeder, der wirklich an Jesus Christus glaubt, würde das so oder so tun. Denn hier ist das Ding. Sagen Atheisten nicht, oh Gott, wenn sie in einer schwierigen, in einer, was weiß ich, extremen Situation sind, oh Gott, ob sie an Gott glauben. Wie viel mehr würde jemand, der wirklich an Jesus Christus glaubt, den Namen des Herrn anrufen? Auf irgendeine Art und Weise. Aber der Grund, warum wir Leute im Gebet anleiten, ist, um ihnen wirklich sicherzustellen, okay, die Person glaubt an Jesus Christus, sie ruft den Namen des Herrn an, okay, zack, gerettet. Ja, denn nur so können wir Errettungen zählen. Und dann kommen natürlich wahrscheinlich die Leute in den Kommentaren, ja, ihr zählt Errettungen, nur Jesus rettet, bla bla bla, ist alles Schwachsinn. Natürlich ist der Jesus derjenige, der vor uns am Kreuz gestorben ist, der uns ewiges Leben schenkt. Und deswegen rufen wir den Namen des Herrn an. Sie rufen nicht mich an, sie rufen nicht dich an, sie rufen den Namen des Herrn an und wir wollen sie dazu anleiten. Und Errettungen zu zählen, ist biblisch. Das sehen wir in der Apostelgeschichte, dass Errettungen gezählt wurden. Und wir können das nur machen, wenn wir mit der Person beten. Und was würdest du denn noch dazu sagen, Moses? So einfach so, ich sage ja immer, hey, dieses Geschenk der Lösung, das gebe ich nicht. Das gibt Jesus. Du sollst ihn fragen, nicht mich. Und dann ist das ziemlich klar. Und die meisten werden sagen, ja, natürlich machen wir das. Und sie haben eigentlich, wenn sie alle Fragen richtig beantwortet haben, die meisten haben kein Problem, den Namen des Herrn anzurufen. Ja, definitiv. Ja, also um das nochmal kurz zusammenzufassen. Die Person hat alles richtig beantwortet. Und dann sagen wir, okay, lass mich dir die letzten Verse zeigen. Römer Kapitel 10, Vers 10. Mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Also hey, die Bibel sagt, du musst natürlich in deinem Herzen glauben, dass Jesus für dich gestorben ist. Du musst dein Vertrauen auf ihn setzen, dass er für dich aufgestanden ist aus den Toten. Und dann sollst du deinen Glauben Jesus bekennen. Ich gebe eben dieses kurze Beispiel. Hey, wenn du von einer Person etwas haben willst, gehst du zur Person und fragst die Person. Jesus ist eine Person. Du gehst zu Jesus im Gebet und sagst ihm, hey, ich glaube an dich, Herr Jesus. Bitte schenke dir ewiges Leben. Ich will das haben. Und dann frage ich die Person, okay, wenn Jesus jetzt hier steht und du bittest Jesus, dass er dir ewiges Leben gibt, würde er es dir geben? Und die meisten sagen natürlich, ja, ja, natürlich. Und dann sage ich einfach, hey, dann lass uns jetzt zu Jesus beten, dass du ihm deinen Glauben bekennst und dass du ihn ins Leben bekommst. Und was ich auch immer dazu sage, es geht nicht um die exakten Worte. Also wir beten zusammen, du kannst mir nachsprechen. Ja, aber es geht dabei, sprich mir einfach nach, aber es geht dabei nicht um die exakten Worte, sondern es geht einfach darum, dass du deinen Glauben, den du in deinem Herzen hast, Jesus bekennst. Okay, lass uns beten, sprich mir einfach nach. Herr Jesus, ich weiß, dass ich ein Sünder bin, ich weiß, dass ich die Hölle verdient habe, aber ich glaube an dich, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist. Bitte schenke mir jetzt ewiges Leben und nehme mich in den Himmel auf, wenn ich sterbe. Ich vertraue allein auf dich, Jesus. Danke, Amen. So formuliere ich das. Es geht natürlich nicht um die exakte Formulierung, aber so funktioniert das. Und manchmal gibt es natürlich Leute, die sind irgendwie zu schüchtern oder so. Die wollen da nicht beten. Okay, dann ist es halt so. Dann sagen wir, hey, du kannst einfach zu Hause im Stillen beten für dich. Mach das. Wir wollen, dass wir dich wiedersehen im Himmel und wir lassen definitiv unsere YouTube-Visitenkarte da. Hey, hau dir nochmal dieses Video an. Der biblische Weg zum Himmel. Du kannst den QR-Code scannen oder auf YouTube eintippen. Schau dir das an. Das ist wichtig. Wir wollen dich im Himmel wiedersehen. So, aber wenn wir mit der Person gebetet haben, ich habe den Namen des Herrn angerufen, dann sage ich meistens, hey, und du hast das tatsächlich gemeint, nicht wahr? Ja, ja, ich habe das ernst gemeint. Dann hast du ewiges Leben. Und dann stelle ich die Frage, okay, hey, sei einfach ehrlich mit mir. Und ich formuliere das sehr freundlich. Ich sage, hey, sei einfach ehrlich mit mir. Wenn du jetzt sterben würdest, bist du dir jetzt zu 100% sicher, dass du in den Himmel kommst. Und klar, im Optimalfall sagt dann die Person, ja, ich bin zu 100% sicher. Genau. Dann frage ich, Amen. Super. Und dann sage ich natürlich, Amen, freut mich. Und warum bist du dir zu 100% sicher? Ja, weil ich an Jesus glaube. Amen. Und das ist natürlich wichtig, das freundlich zu formulieren, offen zu formulieren. Deswegen einfach zu sagen, hey, sei einfach ehrlich mit mir. Es geht nicht darum, irgendwie eine bestimmte Antwort zu bekommen, sondern es geht darum, herauszufinden, ist die Person sich jetzt wirklich sicher, dass sie in den Himmel kommt? Und ja, hey, wenn wir uns nicht wiedersehen, wo sehen wir uns wieder? In den Himmel. Nachkunftsform. Das habe ich erlebt. Da meinte jemand, naja, ich bin so 80% sicher oder so. Und dann, dann so circa zwei Sekunden später, die Person eine kurze Pause gemacht, dann meinte die Person von sich aus, nee, ich bin mir zu 100% sicher. Weil ich glaube. Amen. Gerettet. Richtig. Weil manche Leute, ich meine, sie wachsen vielleicht in einer falschen Kirche auf, in irgendeiner falschen Religion, sind einfach daran gewöhnt, diese Antwort zu haben. Ja, niemand kann sich sicher sein. Ja. Sie sind vielleicht einfach daran gewöhnt. Aber ich habe das eben schon mal erlebt, wie gesagt, dass die Person dann meinte, so von sich aus, erst meinte die Person, ja, so 80%. Dann hat die Person kurz überlegt, nee, zu 100%. Ja. Weil ich kann dir so glauben. Amen. Aber was ist, wenn die Person sich doch noch nicht wirklich sicher ist? Nee, ich bin nicht sicher. So 90% vielleicht. Ja, ja. Dann, was ich meistens mache ist, und da muss man natürlich abschätzen, ja. Wenn wir merken, okay, die Person hat nicht wirklich gut zugehört, das war sowieso eher eine zweifelhafte Sache, das Ganze, die Person hat nicht wirklich zugehört, dann, hey, dann guck dir bitte dieses Video an, den biblischen Weg zum Himmel. Aber wenn wir, wenn es eine junge Person war, vor allem, die gut zugehört hat, die interessiert war, wo es sich also lohnt, nochmal wirklich darauf einzugehen, auf ewige Sicherheit vor allem, dann würde ich eben einfach nochmal auf ewige Sicherheit eingehen. Na ja, wenn die Person nicht gut zugehört hat, würde ich einfach sagen, hey, guck mal, und ich schlage dann meistens einfach Johannes Kapitel 10 auf, guck mal, Jesus sagt, ich gebe ihnen ewiges Leben, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sich aus meiner Hand reißen. Ja. Denn das ist, was Katholiken denken, dass sie eben immer wieder ihre Sünden bekennen müssen. Der hatte irgendwie immer noch diese falsche Vorstellung im Kopf. Genau. Aber dann habe ich dir einfach die Frage gestellt, okay, wie oft musst du ein Geschenk annehmen? Naja, einmal. Okay, also wie oft musst du dann zu Jesus Christus beten, um das ewige Leben zu bekommen? Ja, das ist einmal. Okay, kannst du es verlieren? Nein. Ja, genau, es ist ewiges Leben, es dauert ewig, du kannst es nicht verlieren. Also siehst du, wie du dir zu 100% sicher sein kannst? Ja, das macht Sinn. Genau. Und da muss man eben, wie gesagt, ein bisschen abschätzen, macht das bei der Person Sinn? Hat die Person wirklich zugehört oder eher nicht? Dann, hey, wenn die Person nicht wirklich zugehört hat, wenn es sowieso eher eine zweifelhafte Sache war, dann guck dir bitte dieses Video an. Ist gut. Ja, hast du sonst noch irgendwas? Nee, du hast alles gesagt, nichts etwas weiteres zu sagen. Ja, ich meine, wenn eine Person sagt, also wenn wir die Fragen stellen und die Person sich herausstellt, dass die Person gar nicht glaubt an Jesus, dass Jesus gestorben ist und auch verstanden ist, und sowas kommt vor, das sollte sie eben einfach mitspielen. Ja. Ja, es kann nicht, dann ist eine gute Idee, einfach die Frage zu stellen, hey, glaubst du, dass die Bibel Gottes Wort ist? Und wenn sich herausstellt, die Person glaubt nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann würde ich sagen, okay, hey, schau dir dieses Video an, den biblischen Weg zum Himmel. War nett, mit mir zu reden, schönen Tag noch. Denn hier ist das Ding, wir haben das ganze Evangelium erklärt, die Person hat uns mehr oder weniger belogen, nicht wahr? Weil wir stellen zwischendurch immer wieder Fragen, hey, was musst du tun, um gerettet zu werden, nachdem wir eben Errettung aus gnatischem Glauben erklärt haben. Und wenn die Person richtig geantwortet hat, aber dann nachher sagt, nee, ich glaube nicht, dass Jesus verstanden ist. So, okay, Moment mal, dann hast du uns belogen. Also, ich meine, aber hey, wir wollen natürlich freundlich sein und wenn die Person die Fragen einfach wirklich nicht richtig beantworten kann, sich herausstellt, okay, die Person hat nicht wirklich zugehört, ja, dann macht es keinen Sinn, dass wir weiter unsere Zeit verschwenden im Grunde genommen. Ja, natürlich, wenn eine Frage falsch beantwortet wird, das heißt nicht, dass wir einfach sagen, okay, tschüss und fertig. Das ist nicht, was ich damit sagen will. Wenn die Person zum Beispiel, wenn wir fragen, hey, was musst du tun, um in den Hürden zu kommen, Person, das falsch beantwortet, na ja, hey, dann müssen wir eben wieder abschätzen, okay, hat die Person ordentlich zugehört vorher oder war sie sowieso eher abgelenkt, hat nicht richtig zugehört. Hier ist das Ding, manchmal müssen wir etwas nochmal kurz erklären, dann einfach nochmal den Vers zeigen, Apostelgeschichte 16, Vers 30, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, ich glaube an den Herrn Jesus Christus, du wirst gerettet werden. Okay, was sagt die Bibel, hier musst du tun, um in den Hürden zu kommen? Ja, glauben. Okay. Und hier ist das Ding, wenn du sonst noch irgendetwas tun müsstest, dann ist es kein Geschenk mehr, nicht wahr? Genau. Es ist kein Geschenk mehr, aber die Bibel sagt, das ist ein Geschenk, du kannst dafür nichts bezahlen, nichts Gutes dafür tun, deswegen kannst du einfach nur Jesus vertrauen, dass er für dich bezahlt hat. Da muss man eben ein bisschen abschätzen, wie gesagt, ob es dann auch Sinn macht, weiterzureden. Eine sinnvolle Frage kann sein, hey, glaubst du, dass die Bibel Gottes Wort ist? Und habe ich schon erlebt, dann meinte derjenige, nein, ich glaube nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist. Okay. So, warum hast du dann die ganze Zeit mitgespielt? Was soll das? Dann bitte schau dir dieses Video an. Und das ist natürlich etwas, was ich mir denke, das ist nicht etwas, was ich sage. So, was soll das? Sondern ich glaube nicht, was ich sage, das ist nur, was ich mir denke. Ich würde einfach sagen, okay, hey, dann schau dir bitte dieses Video an. Schönen Tag noch. Genau. Weil wir glauben nicht an Apologetik, nicht wahr? Denn irgendwie zu beweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Hey, du hast das Evangelium gehört. Was soll ich machen? Es ist, was es ist. Aber genau, wenn du als Zuschauerfragen dazu hast, dann hinterlass unbedingt einen Kommentar. Schreib uns an, wie auch immer. Und die Bibel ist eindeutig, ja, wir sollen den Namen des Herrn anrufen, sollen Jesus Christus glauben. Und wir motivieren die Person, eben diesen praktischen Schritt zu gehen, jetzt wirklich ihr Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen, den Glauben an Jesus zu bekennen und ewiges Leben zu bekommen. Schau dir unbedingt die vorherigen Folgen an. Es wäre schön, wenn du mit uns Seelen gewinnen gehst. In der Baptistenkirche zuverlässiges Wort. Und die Adresse findest du unten in der Beschreibung. Gottes Segen. 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 Gottes Segen.